Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo. Heute gibt es für euch die Yin aus dem Lidl von Veko im Test. Viel Spaß dabei! Das sind übelst geile Teile! Weil die waren ja irgendwann seit lange nicht da oder so. Ja, weil die in Bayern macht. Aber Jenny, Daniel macht die Bisschen ein bisschen leiser. Sieht man es überhaupt nicht? Sieht nur nicht. Sieht ein bisschen aus. Wunderschön. Aber wenn man so ein Ding macht ja nicht, dann könnte man es auch in der Hand gewinnen. Ja. Oh! Wow! Okay, schön! Man sollte gerade so zur Hand liegen. Also ansonsten kann man ja noch mal mit rumrennen, oder? Leider. Das muss ich ja nicht kennenlernen. Ja! Oh! Da geht's! Da geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017